Ich muss gerade gucken, dass das alles unter dem IP liegt. Ja. Ja, möchte ich. So. Ach ja. Hier waren die komischen Wurzelgedülts drin, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Da war was. Oh, hi. Okay. Warum kotzen? Ne, stimmt nicht gut. Ne, gar nicht gut. Zumindest wäre es keine Option für mich. Ansonsten würde ich ja morgen verkatert hier am PC sitzen. Wäre jetzt auch nicht so das wahre. Muss ich sagen. Ja, die Augenringe kann ich überschminken. Ja, die Augenringe kann ich überschminken. Ja, die Augenringe kann ich überschminken. Weil im letzten Stream, was ich gerade gerendert hatte, war es doch recht laut. Das hat sich ja vor zwei Wochen, drei Wochen hat sich ja wieder was geändert. Deswegen, ja. Das Spiel denkt ja auch nur, wie laut wollen sie das Spiel haben. Ja. Ja. Wenn ich das jetzt auf der Konsole spielen würde, wäre es wahrscheinlich mega leise. Ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob ich wirklich was am Sound ändere, wenn ich langsam mache. Okay. So. Jetzt. Wie ist die Einstellung? Soundeffekte. Ist die Musik so gut oder muss die Musik auch noch leiser gemacht werden? Warte, ich stehe nochmal ganz kurz auf. Ich, äh, beruhigte jetzt ziemlich meine Meinung. Weil ich selber höre es nicht. Für mich ist es halt ultra leise. Ich höre halt gar nichts. Großartig. Ich muss gleich für mich selber auch nochmal das Sound anpassen. Dass ich überhaupt was höre. Okay. Okay, für Kaya passt es. Für die anderen auch. Die eventuell ein Headset drin haben. Oder sonstiges. Das ist schon etwas laut, okay. Okay. Dann muss ich da nämlich gleich für mich extra nochmal anpassen. So. Dann muss ich ein bisschen lauter machen. Geht's oder noch leiser? Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, deswegen frage ich euch ja. Weil ich habe keine Ahnung. Ich höre mich selber sowieso. Deswegen muss ich da leider auf euer Wort vertrauen. Kann auch noch auf 20 stellen. Aber weiter würde ich glaube ich nicht runter gehen. So. Stimme. 25. Wollen wir einfach. So. Jetzt muss ich für mich das Sound anpassen. Das ist das einzige Gute. Ich kann es für mich selber getrennt regeln. Hm. Okay, dadurch geht's nicht hoch. Das ist schon mal gut. Oh. So. Okay. Wenn es immer noch zu laut sein sollte, dann bitte Bescheid sagen. Weil im allergrößten Notfall kann ich sie bei OBS noch machen. Das Problem bei OBS ist, dann höre ich halt die Sound an. Dann höre ich sie gar nicht mehr. Ihr hört sie dann wahrscheinlich zwar recht leise, aber ich höre sie gar nicht mehr. Wenn ich das bei OBS runter drehe. Nein. Äh. Da sind die Objekte. Jetzt brauchen wir das hier. Einmal und am besten noch zweites Mal. So. Hoi. Immer noch so laut, oder? Das Witzige ist noch, leider kann ich halt so viel. Ah. Aua. Ich bin tot. Krassys. Hoi. Hoi. Woah. Hältest du nicht auf der Arbeitszeit? Passt, okay. Boah. Wie gesagt, auf der Anzeige da ist es halt echt wieder mit dem Anschlag. Probeverweise. Obwohl ihr runtergedreht habt. Ah, passt jetzt zum Anschlag. Das ist ein Grünpegel. Gerade kluge. Aha! Jetzt weiß ich, was du machst, wenn du auf dem Klo sitzt! Jaja! So kommt's raus, ne? Oh, warum die Viecher eigentlich jetzt wirklich so rein? Au! 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 Lass mich raus! Lass mich raus! Au! 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 Mach das, Hyrule. Bis gleich. Bin ja nicht sicher, ob ich einen Blutmantel tragen würde. Aber naja. So, Monalo, dann mal weiter. Viel Spaß noch. Mach das vor Spaß und vielen, vielen Dank. Bis zu deinem nächsten Klogang. Echt? Also, den Blutmantel habe ich, ja. Das nur was? Okay. Ich will hier nicht gegen die Kämpfe. Ich mache mir jetzt schon Angst. Nein. Ja, habe ich gerade ausgerustet. Das hätte ich gerade mitbekommen. Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Das ausweicht sich ganz so. Hier ist ein Kacke. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Na, 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 na. muss man ein bisschen nachhelfen beim heilen ja klar drehen wir müssen während des noch mal um das war knapp Das soll normale Gegner sein. Nein, 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 nein. Ich muss was fragen, wo ist der zweite eigentlich abgeschrieben? Jetzt weiß ich es. Panit fliegt man in den ersten Dachs als Boss. Echt? Also Dark Souls habe ich noch nie gespielt, also nicht das normale. Ich habe, äh, Bloodborne hatte ich noch gespielt. Ist ja auch... ...unähnliche Spiele zumindest. Aber Dark Souls selber habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube 1 und 3 besitzt ich oder 2 und 3. Ich glaube, ich habe irgendwann mal irgendeinen Drachen bei Dark Souls gesehen. Da hat ihm ja jemanden zugereht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich mal... Oh, beiläufig gesehen hatte. Ähm... Machen wir das einmal. Die Frage... Hier geht's noch rein. Hier geht's noch rein. Franschengelee. Keine Monsterchen. Ist auch schön. Die Flüge sind einfach nass. Ja, ich finde die Flüge auch toll. Wobei ich sagen muss, ich bin da ja sowieso Friesen-Fan von. Ist ja auch echt mal was. Ja, das bringt aber ein HP. Ja, bei Fiesta hatte ich auch Flügel. Mehrmals sogar. Engelsflügel, dann auch so ähnliche Schmetterlingsflügel. Ich glaube dann so Teufelsflügel hatte ich auch mal. Also bei Fiesta hatte ich das öfter schon. Weist nur dezent drauf hin, dass ich Fan von Flügeln bin. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Da muss ich hin. Ich mach dieses... Partikel. Ja, schön. Die sind bunt. Ich mag bunte Partikel. Auch wenn das echt ein bisschen weird aussieht hier. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen dieses Ding hier hat. Blühende Killer-Gurke. Okay. Nein. Oh Gott, ich verraten. War gerade sehr dumm. Na gut, egal. Er hat trotzdem gepasst. Ich denke, es sehe ich. Ich denke, es seht so. Ich denke, es sieht anders aus. weil das sind die ohne ohne himmelchen ich werde nur so gut bei hier auch Auch? Ich drücke schon gar nichts mehr. Der hat einfach so eine mega lange Attacke. Weißt du, schon lange nicht mehr am Drücken gewesen? Okay, er macht weiter. So dran. Das kann im nächsten Buskampf aber ganz schön gefährlich werden, wenn der weiter macht und die nicht auswählen kann. So, jetzt haben wir wieder. Also wenn ich pinkeln muss, ist das deine Schuld. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade. Ich glaube bisher habe ich noch nicht so viel getrunken. Das muss, das muss. Ja, ja. Das kann gar nicht. Wie viel der Einsatzplatz immer drin war. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall so unter 1 Liter. Aber ich bin ja auch noch nicht lang wach. Ich bin ja seit 10 Wochen. Ich bin ja sechs. Oh, schieß. Oh, nö. Nee, warum? Ihr seid scheiße. Ich will nicht. Das war ein Versuch wert. Nein, 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 nein! Ich muss bekämpfen, ja, scheiße. Ah, ich hasse, wie ich ja niemand bekämpfen muss. Nein, 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 nein. Ja, lass mich trotzdem weg. Ei, ei, ei. Ehr so als Mini-Boss. Ich hab's fast befürchtet. Okay, du bist das nicht. Wie, ich muss nicht haben. Hey, eins, Hörfag. Wenn ich jetzt mal einen hab, dann geht's. Wenn ich einen hab. Ich hab leicht weggeglitscht. Sprecher. So, so, so. So, er ist zumindest schon mal im roten Bereich. Lass Rindwild bitte in Ruhe. Wäre ich dir sehr dankbar. So, Nummer 1. So. 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 Juhu. Okay, die Runde lief aber besser als die erste. Äh, werde auf vierte vor zwei noch mal ne halbe Stunde im Job sein. Geh mit dem Hund von der Nachbarin. Wenn die sitzt. Äh. Äh. Okay, ich sag grad schon, hä? Okay, ja viel Spaß beim Gassi gehen nachher. Ich war grad zu blöd zum Lesen. Oh, jetzt der Funkelfunkel. Kommen diese Viecher jetzt noch einmal? Will nicht. Die rauben mir meine, meine, meine HP. Oh, oh. Hat ne Laboraturm. Die hat mehr Power wie mein Muppet. Ja, das glaub ich gerne. Mit Cleo hättest du auch dein, dein Tun. Das ist auch was anderes als seiner, dein Fußhübchen. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Gerade liegt sie. Hoffentlich sehen ruhig oben. Und. Wartet auf Härchen. Oh, ich will nicht. Fußhübchen, dass gerade mal die Kurve kommen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Ich ahne Übles. Ich ahne Übles. Ich glaub das hat's nicht gern gehört. Ich glaub da ist es nicht ganz so begeistert von. Ja, ich sag das mal. Ich sag das mal. Ich sag aus, was du dir passt. Ich sag das mal. Ich sag das mal. Ich älte auf Härchen. Ich sag das mal. Ja, desto in der Brust. Ich sag das mal. Was aconteceu? Oh, ich sag das mal. Oh, ich sag das mal. Oh, da kommst du noch mal. Is das mal funktionieren? Kannst du mal aufhören, das Ding hoch und runter zu bewegen? Nein, nein, nein. Ich hab mich raus, da. Oh, nice. Okay, das ist jetzt zwei Tentagetchen noch. Aber raus da. Okay, komm nicht raus. Das Ausweichen ist etwas sehr schwierig, finde ich. Für jemanden, der sowieso schon nicht ausweichen kann. Du bist über den Arm, bitte, wieder hier. Nein. Diesmal nicht. Nein. 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 Vivi. Ja, okay. Mischung! So, nur noch ein Arm. Ah, okay, jetzt kann ich hier anreißen. Das war es aber noch nicht, oder? Da kommt doch noch was. Das war es aber noch nicht. 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 Da kommt doch noch nicht zu Hause. Das war es aber nicht. Genau. Das war es aber nicht. Aber ich habe noch nicht zu Hause. Das war es aber nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich gar nicht verstehe, aber ich weiß nicht, dass ich... Was war das? Was war das? Das war Dana's Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Geheimnis, das in der Zeitpunkt aufzumt. Wenn man sich das Geheimnis aufhört, wird es ein Verständnis und ein Geheimnis zu erhalten? Vielleicht nicht. Es gibt viele Geheimnis, dass die Geheimnis nicht mehr Geheimnis auf dem Geheimnis aufgeführt werden. Es gibt keine Verständnis. Aber wenn man sich das Geheimnis auf dem Geheimnis aufbauen, wird es nicht so gut. Doch. Es gibt noch einen Hügel. Das ist doch so. Du bist okay, Rimmel? Warum? Ich habe das erste Mal gehört, was ich? Rimmel? Wenn du... Wenn du... Wenn du das für mich, dann... Entschuldigung... Entschuldigung... Na, schnell hier. Ich muss wirklich nicht aufhören. Okay. 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 Aber Glitzer Funke Funke hat aufgehört, scheinbar. Nein! Ich dachte, ich würde direkt vor den Lanzen. Das ist Mobbing. Das ist massives Mobbing. Das ist das. 1 2 1 2 2 2 Ja, wir haben hier. Ja, die AP. Dann sind wir da hingehends ein bisschen abgesichert. Nein, 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 nein! Ausfüß, ausfüß, ausfüß. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. ja 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 ich frage ob wir jetzt einfach direkt ich möchte auch nur darunter möchte ich noch mal den ganzen weg zurücklaufen den komme ich wahrscheinlich auch nicht einfach so vorbei die sind nicht ganz so schlimm das ungute gefühle angekommen sind oder auf halbem weg passiert das ist es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man einfach gezwungen wird, zu kämpfen. Komm schon. Der einzige Vorteil, den es hat, dass wir die Life noch ein Level schaffen in der Zeit. Ich glaube, wir haben hier jetzt auch zwei, die 42 sind. Nee, 41. Der Rest ist, glaube ich, 40. Ey. Wir haben sogar vier, die 41 sind. Na gut, dann könnten wir es zumindest schaffen, noch auf die 42 zu gucken. Ja, okay. Ah! Das war's für mich. Das war's für heute. Da kommen wir jetzt wieder an den anderen zwei Dicken. Wobei, an denen könnten wir ja rein theoretisch vorbeikommen. Wenn wir uns an einem der Nebenräume hier... ...gesehen würden. Und darauf warten, dass sie weg sind. Tschaui. Ich bin nie dagewesen. Ihr habt sich das Geringste gesehen. Hey, aber wir sind ganz da eine Möglichkeit. Man muss ja das Positive sehen. ... Das war's für heute. da mussten wir nicht hin wir mussten in die richtung warum kann ich hier nicht einfach runterspringen nein 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 okay er wande muss ich vorbei sind wir eh noch mehr als genug getan so was was ich aber gleich einmal ganz kurz machen werde einmal ganz kurz die waschmaschine öffnen weil die müsste jetzt eigentlich gleich fertig sein bei aufhängen werde ich danach im stream aber ich will zumindest das wird schon da nicht ganz so stinkt ich bin gleich wieder da bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal